Geh doch einfach mal nochmal in den Bereich rein. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da wieder reingehen. Kili, geh mal rein. So. So, komm mal zu mir. Also, ganz klar, ohne Unsicherheit gehst du da rein, ziehst sie ruhig wieder raus. So, dann geh mal einen Schritt nach vorne, geh in die Hocke. Kili, komm mal her. Kommt sie, kommt sie nicht. Nein, kommt sie nicht. Reicht auch, also gar nicht so viel. So, jetzt gehst du da hin, nimmst die Leine, ziehst sie raus. Komm. Gut. Fein. Ja, dieses Streicheln ist okay, aber nicht so nah an diesem Platz, weil da kann es dir passieren, dass du noch in dem Bereich bist. Ich würde sie lieber noch weiter rausnehmen und dann stellst du dich einmal zwischen diesen Ort und genau so. Und dann alles gut. Das war doch schon mal ein richtig gutes erstes Training. Du hast das schön umgesetzt und ich hoffe, du hast auch verstanden, was euer Problem am Ende ist. Und ich werde mir Gedanken machen, wie wir diese Probleme lösen werden. Super. Oh. Super.